Herzlich Willkommen! Ich war hier in der Kaffee 2.0 Uhr 2.0 Uhr Ja, und dann Kurs und Fahrer heute in Mackeburg und dann ein paar Wetter haben wir gemacht dann direkt wie man den erst runter schafft hat dann geht es ja auch aber was weiß ich kann man ja weiter wahrscheinlich war da kein Lobstück keine Ahnung hier kann man was eingestellt deswegen muss man rutsch und dann und dann und dann die 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 oder hier die 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 Ja, das Flöderband ist klar, da muss man gleich das Flöderband angegeben werden. Alle Ladungen werden nicht hinfahren. Ja, das Flöderband ist klar. Ja, das ist ja auch ein Problem. Ja, das war schon mal die Pumpe hoch, das hat es vergessen. Flöder war schon auch noch ein bisschen. Ja, die ersten großen Eier, der ganz toll ist. Ja, das ist der Wartung gewesen. War das hier so schwer? War das hier so schwer? Ja, das ist der Wartung gewesen. Ja, guck mal. Das machen wir gleich selbst. Ja, das ist der Wartung. 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 Oder mit Schatz eingestellt, das kann natürlich auch sein. Ja, das ist der Wartung. Das könnte im Punkt der Wartung sein. Weil er Fahrt nicht mehr haben. Das ist der Wartung. Und jetzt hier eigentlich nichts für sich hat. Wartung. Das ist der Wartung. Das ist der Wartung. Und jetzt kommt der Wartung. Es ist heute der Wartung. Und jetzt kommt er vor. Jetzt können wir wieder losladen. So, da sind wir. So, wir legen mal aus. Die Förderbahn kann auch allein fahren. So, aus. Spiel sparen. Ne, das war von einer anderen Folge. Meine Erinnerung für den Fall ist alles. So. Ich muss den Motor starten, ne? Von Wetter ab nichts. Wir müssen mal schauen, wie wir am besten fahren, dass wir im Prinzip gut runtergefahren bekommen. Ich glaube, der kann angeschlossen werden. Nun, 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 ich kippe mich ab, du. Na, mit dem Scheiße geht nicht. Z-Winkel und dann. Wie hoch kann er machen? Wird so funktionieren. So. Hol mal gleich einen LKW, unseren Anhänger. Das ist immer noch ein LKW. Ich muss den LKW erher werden. Oh, mach doch die LKW. 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 da ist jetzt schmutzig das Futter wird knapp Wasser ist ok ja da würden wir heute Nacht zuttern wir müssen ein bisschen Zeit haben ist ja noch was da aber heute Nacht wir brauchen den wenigstens so mal gucken was hier auf dem Lager drin ist an Stroh das haben wir dann Stroh drin ah ja fast 700.000 das ist schon ok kommen wir gut über den Runden denke ich mal aktuell nur für Mischfutter weil Stroh ja für Heilstreuen nicht geht ich dachte da wäre irgendwie so ein Update immer noch zu aber fein tauschen muss aber will ich nicht anfangen damit das ist eine Probe da müssen wir nicht anders fahren dass wir gleich in die Richtung fahren da hat gleich den Rest eingekippt das ist gut mal schauen vorne an das läuft schon der ist hier ein bisschen mit aber deutlich ja von dem Okay. Ja, ich hab mir das installiert. Das könnte sein. So. wie sieht sich denn gerade machen Das kann ich ganz durch. Ob das so richtig ist, ich weiß es noch nicht. Im Grunde ja. Aber das war doch schon im Grunde, ne? Der muss extra gemacht werden, keine Ahnung. Aber Grunde sind ja leichter als mit dem Radlader. Der lässt sich nur hier vorne so schlecht lenken, ne? Wenn wir mal anders ran gehen. Super! Funktioniert! So weit leichter wie mit dem Dänkchen, ne? Mit Förderband, äh mit dem Radlader. Dauert zwar auch lange. Trink, aber Prost! Jo, Prost! Müssen wir den zweiten Anhänger haben. Entschuldigung. Jo. Jo. Die wollte man an testen. Aber den auch annett, ne? Überlade wollen. Sobald er es fördert, dass die nur voll ist, ist der ja praktisch, weil der sich alleine ablegt. Wenn es funktioniert. Sobald er ist nichts. Sobald er es hat. Sobald er ist alles, was wir anfangen. Er hat einen Räumen zu tun können. Sobald er ist alles in meinem Bedrooo. Ja, jetzt haben wir schön alles vom Acker her gefahren oder hern verlassen, ist schon viel Arbeit gewesen. Das passt schon so, oder? Ja, das passt schon. Ja, das passt schon. Man kann sich nur vorstellen, normalerweise müsste jetzt hier jemand stehen und entsprechend ihn raus macht, schafften. Oder das Silo hat entsprechend unterirdisches System, wo es dann automatisch zügekippt wird. Ich denke mal, woher die BGH verarbeitet ja auch nicht so schnell ist. So liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage mal tschüss um den Winkel und schau, ich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann vielleicht gleich wieder zur zweiten Folge. Tschüss!